hey ho die willkommen unity und herzlich willkommen bei einem neuen video ich habe in den letzten tagen wie ihr wahrscheinlich glücklicherweise bemerkt habt endlich ist geschafft die videos vom anfang der stadt hier so gesagt hochzuladen es ist jetzt so ihr könnt jetzt mal kurz entscheiden zwischen zwei sachen entweder das nächste video wird einfach der erste rundgang durch die stadt hier sein oder es wird das letzte bild von diesem gebäudekomplex hier sein falls ihr euch für den rundgang entscheidet bin ich ziemlich sicher dass ich dieses letzte bild von diesem gebäudekomplex erstmal außen vor lasse wenn ihr jetzt sagt ihr wollt erst diesen gebäudekomplex hier sehen wie ich den komplett fertig baue dann sagt mir das das sind nochmal vier folgen das heißt der rundgang könnte sich um circa meiner meinung nach eine woche noch nach hinten verschieben das ist jetzt eure entscheidung schreibt ich werde in die kommentare einmal den kommentar rundgang posten und einmal dem kommentar let's build a wohnhaus oder so was in der art je mehr likes ein kommentar bekommt oder irgendwie eine antwort wo drinsteht ja dafür bin ich dem mehr davon desto mehr bla 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 ne also welche kommentar halt besser bewertet ist so gesagt wird dann bevorzugt und ja ich hoffe viele antworten ich werde jetzt circa einen tag warten bis ich so gesagt die antworten abwarte und dann wird entweder der erste rundgang von mir dann aufgenommen weil der ist noch nicht fertig oder halt die erste folge setzt mit hochgeladen danke fürs zuhören und ich würde sagen bis in einen tag das für ein schlechtes deutsch naja bis dann